Herzlich willkommen zu diesem Video mit Bildern aus unserem tief verschneiten winterlichen Kaninchengarten. Auch wenn es nicht so aussieht, unsere Tiere können frei wählen, ob sie in den dick eingestreuten Stall laufen oder ob sie in den Garten wollen. Und das Erstaunliche ist, weder Frost noch Kälte hält sie davon ab, draußen im Schnee zu toben. Aber seht selbst. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020